Yay! Gib, 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 gib! Ah! Inkompetent! Ich schau schon runter. Geht jetzt schon los? Ja. WTF, was sind unsere Aufgaben? Es steht doch gleich unten, Mann. So, hallo und herzlich willkommen zu! Let's play, geht ja online! Bis morgen, schlaf gut. Ah, dann kannst du noch lauter schreien. Bei wem klingelt jetzt das Telefon? Von mir. Ich hasse euch, alle. Alter, what the f... Ich hab so geflogen. Weil du über den Bordstein gefahren bist. Das ist geil. Dem, 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 dem. Ist jetzt da... Ich will halt, der Markus muss jetzt da mit irgendjemandem reden. Nein, nein, es war von was anderes. Ach so. Ja, ich... Ich bin jetzt halt ein bisschen hinterher. Mit dabei sind wie immer der Ganesha, der Markus und der Tobi. Und ich natürlich... Weil David ist heute mal nicht dabei. Tut mir leid. Ja. Äh, und wir müssen jetzt die... Die beiden haben eine billige Leerkraft. ...die Valkyrie stellen. WTF, wo muss ich eigentlich hin? Zu diesem Hubschaber, oder? Ja, ich hab... Das ist ein Hubschrauber. Ja, das ist ein blaues Hubschaber-Zeichel. Für die Leute, die es noch nicht erkannt haben. Ja, mein... Yay! Mein Auto wurde leider gelöscht. Ja! Das ist momentan ein Bug wegen dem neuen Update. Danke, Rockstar. Danke. Danke, Rockstar. Ist das nur wirklich passiert, David? Ja, offensichtlich. Jedenfalls unter uns vier, nur bei mir. Haha. Ah. Ja, das ist ein Zeichen. Tja, du bist halt ein Opfer. Haha. Das hat dich auserwählt. Das ist ein kleiner Schwanzlecker. Ach, cool. Das hat dich auserwählt. Na, aber ziemlich viel größer als du, David. Ja. Wie groß bist du denn? Äh... 1... 1... 1... 1... 1... Scheiße. Scheiße. Ich hab... Ich hab mich voll verfahren. Fuck. Ja, inkompetent. Ah, so... Wo soll ich dann warten? Oder soll ich die Mission-Unterlisten machen? Ich hab die Mission-Unterlisten gemacht. Ich hab die Mission-Unterlisten gemacht. Woah, fuck, der... Alter! Wie schießt du mich? Und du warst falsch, also. Bleib... Wartets bitte noch, ja? Ja, 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 ja. Das ist ein fucking Waypoint. Und der Viengarten hat schon einen Helikopter anzogen. Ich sehe schon einen Gegnernösch. Wir müssen zu der verkackten Scheiß... Tobi, du bist zu nahe Hand gefahren. Alter, es ist so... Danke, Tobi. Es ist schon der... Ein Gegnernöschter da. Ach, fuck. Ich hol den Gewerz. Ich hol den Gegnernösch. Auch wenn ich jetzt der Letzte bin, der hinkommt. Einigen würden so auf das ich fliege, oder will jemand anderer fliegen? Ja. Ja. Also... Ja. Wenn ich hier mal rausfinde. Ich geh mal zu Nösch. Ah, jetzt ist hier schon wieder ein Bordstein. Ah, geht eh. Bordstein, da hab ich größt nach weit. Das hab ich ja hier noch nie gesehen. Ja, aber... Boah, das ist jetzt schon der Dritte, den ich sehe, ey. Voll selten. Ich fühl mich voll krank. Ja, fick dich. Voll selten. Oh lol, scheiße, ich bin voll... Wir haben hier eine seltene Spezies, der Bord. Domi, du kannst doch warten. Nein, was? Ich bin grad voll durch ein Denkmal geheizt. Wo ein Unfallopfer war. Ja, ich bin da weiter gerade gefahren. Wollt's um ehrlich... Scheiße, hab ich schon wieder verfahren! Boah! Ja, ich hab die Abzweigung verpasst. Dumm! Ja, aber auf was wartet ihr denn jetzt? Fahrt's doch! Da rechts ist hier ein Auto, was ihr benutzt habt. Hier. Ein sehr schönes Modell. Ihr könnt ihre werden bestimmt. Und da vorne sind dann zwei Leute. Boah, das ist so scheiße, dass mein Auto gelöscht wurde. Oh! Du tust mir so lange. Ja, Alter, ich hab da über 100... Ich hab da über 150.000 Dollar reingesteckt. Du willst schauen, dass überall Leute sind oder so? Ja, ich fahr bis zum Heli. Wie kommst du da drauf? Ah, da soll man nicht fahren. Geh da zu! Fuck, da ist zu! Da ist zu! Ja, sag das doch gleich! Ja, nein! Der kann man eh durch! Aua! Müssen wir da rein? Ja, ja, ja! Fahren, fahren, fahren! Ja! So ungefähr? Ja! Links am Auto vorbei! Ah! Scheiße! Wo bist du? Dobi! Komm hier! Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Schon fast wie ein Heli! Scheiße! Aua! Wo bist du bis 20 hin? Ja! Überfahren, Bitch! Fuck! Ah, stell da rein! Alles klar, Markus ist tot! Ah! 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 Ich bin wirklich gut! Ah! Was? Nein, nicht ins Wasser! ich glaube ich muss in dieser Folge viel schneiden also ich glaube wir sollten ein bisschen taktischer vorgehen ja ich würde sagen dass wir als erstes mal diesen Helikopter füllen ja warum denke ich nicht wurscht ich würde mal sagen ja das rechnen wir eigentlich davon wenn wir uns ein Boot suchen und da hinfahren das denke ich so ich würde mal sagen dass wir nicht alle mit jeder mit einem Einzelnen sondern mit einem fahren weil das für die anderen da weil sie nicht schießen dann ist eine gute Idee ja dann nehmen wir uns über ein Boot dann nehmen wir das Boot so was nehmen wir wir nehmen das Boot wir nehmen ein Boot ein Boot ein Fluss wenn ich die Finger rede dann kriegst du uns ein Fluss wir nehmen ein Boot und ich habe meine Maske nicht aufgesetzt das hat keiner glaube ich warte wie ist jetzt mal die Maske bei G oder? bei G ich glaube bei G ja ja geh mal Alter wenn G jetzt wie richtig wäre warte ich habe einen Monat nicht mehr gespielt warte ich habe einen Monat nicht mehr gespielt warte wo ist denn jetzt ein Boot warte warte wir haben jetzt alle die normalen Masken ich kann mich nicht bewegen oh mein Kontroller saß ich kann mich nicht bewegen ich kann mich nicht bewegen ich muss mir etwas anziehen ich muss mir etwas anziehen ich muss mir etwas anziehen ja es ist dein Bein ey das ist die einzige? wolltest du mich verarschen? ja haben wir die ausgesucht? ne ich sicher nicht also sicher bist die andere du gehst aber in den Inventar und dann wie kann man nicht in den Inventar gehen Moment ich habe doch andere oder? M dann Inventar dann Accessories da Maske ja genau ich wusste es doch ja damit machen wir auch natürlich seine coolen ey meine Maske wurde ja einfach gelöscht du bist gleich in Graugölch oder? die sind ja voll hier los jo ihr habt das dann bald mit euren scheiß Masken ja es war auch also ja ich ging zum Mietfahren weil mein Auto nicht welches nehmen wir mal welches ist das gefahrentest du? es ist gar kein Skipper aber wir haben keine Viersitzer wir brauchen erst mal drauf schießen hey warte ist meiner ein Viersitzer? ne ne nein wir haben überhaupt alles wir haben alle mit zwei Sitzern also ich würde vorschlagen dass wir den Viersitzer nicht ja steck doch rein jetzt falsche Seite du scheiße das ist ja keine Zeit man ey wir sind nicht verarscht ich kann bei dir nicht einsteigen ähm warte mal ich muss kurz ich habe keinen Zutritt ach so ja verfahrt du he maul kein Glück du hast doch eh ein Boot sucht retarded ja aber jetzt sind wir gleich da ne ich würde sagen wir brechen einfach von vorne durch vielleicht können wir ja unter Wasser fahren ja ja ey lass uns da hinschwimmen ja nein das ist ja voll lang ey ja oh oh halt 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 warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal wolltest du das nicht machen oder was ja wir wollen das ja wir wollen das hallo können sie mich hören mir nach mir nach mir nach mir nach dreh das licht ab dreh das licht ab ja genau wie dreht man das licht ab mit f oder mit h h oder ja h vor light also wir könnten diesen ul tanker da nehmen nein können wir nicht aber ein uhr tanker ein uhr tanker der sie der sie urchin halte und da oh mein gott ja warte es wird schiefgehen sage ich dir nade schau alles jan wie kommt es jetzt hier ab nicht auf die andere rauf es hängt da jetzt fest es hängt jetzt fest wir hängt da jetzt fest auf dem tschüss Leute wir na dann müsste sie halt laufen Da drüben ist ne Waffe. What the fuck? Ja okay, ich würde steigen. Ich steige jetzt aus. Ja. Nein. Nein. Aua. Oh, ich hab schon gedacht, ich dachte das auch. Ja. Lass dir diese verdammte Leiter. Kommt du mal zu mir. Ich schneid mal schon mal los. Also, wer klettert dann schon? Ja. Ich bin ein... Jetzt geh doch da hoch, du dumm Watz. Mann, er geht nicht so gut und leid da hoch. Warum zum Fick haben wir eigentlich so weit wegfahren müssen? Ja, wenn wir zum Fick haben. Der wird wieder schuld. Keine Ahnung, das ist lustiger. Lustiger. Ich werde es übrigens so machen, dass ich tatsächlich jetzt nicht mehr... Ich weiß noch nicht, wie ich auf diese bescheuerte Idee gekommen bin. Würde ich aber anders machen. Dass ich es so mache, dass wir eine Vorbereitung sozusagen, eine Mission in einer Folge lassen. Das... Cutten gibt es nicht. Ne, gibt es nun. Das gibt es nicht. Darf ich die Leute beim Eingang schon umbringen? Nein. Nein. Was stehen da auf, Leute? Nein. 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 Lass voll die Scheiße. Sechs. Na klar stehen am Eingang weiter. Ich mach mal einen Entwarn. Wo seid ihr denn? Ja, da oben? Ja, da oben? Auf diesem... Was weiß ich? Ah, nein. Wo kommt man da hoch? Ja, da gibt's Stiegen. Ja, wo ist deine Leiter? Da brauchst du einen Lift. Wie... 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 Warte... Und wo ist der Markus? Ich bin da, hinter der Kugel. Ja... Warte mal. Ich sah ein Auto, das da gelandet ist. Ja, warte mal. Ja, und Duck ist da rauf. Ja, warte mal. Ich... Ich komm schon zu dir, Dobby. Keine Sorge. Okay, nice. Hoffentlich läuft. David, da wo ihr Auto ist. Ja, warte mal. Wo rennt ihr hin, Alter? Keine Ahnung. Da wo wir gehandelt sind. Überall... Da wo die Rampe... Aber... Vielleicht ist hier Boot. Vielleicht ist hier Boot, Bruder. Vielleicht so. Ähm... Vielleicht so, weißt du? So musst du... Alter. Ja, wir können mal die Leute beim Eingang... Warum ist hier kein Boot? Du hast kein Boot verdient. Weißt was? Wir fahren jetzt zum... Zum... Zum Hafen. Zum... 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 Weißt du, welche ich meine? Scheiße, unsere Autos sind ja aufgebockt, oder? Ja, ja. Also... Sie sind abgebockt, ja. Die sind weiter weg, da... Da ist ein runder Kreis. Komm wieder runter, Tobi. Genau, ein runder Kreis. Ein runder Kreis? Komm runter, Tobi. Rechts davon sind so... Halt die Fresse! Tobi, komm runter! Da ist auch der Markus. Sag's ihm auch. Ja, aber Markus, komm auch runter. Darf ich springen? Ich komm aber grad hoch! Nein, wir müssen da nicht hoch! Ich geh jetzt nicht runter. Ich hol deinen runter, ich sag's dir. Doch! Wir... Wir holen uns ein Boot! Wir holen uns ein Boot! Nein, wir holen uns jetzt kein Boot! Doch, wir holen uns jetzt ein Boot! Nein, du brauchst oder fucker? Deine Mann holt ein Boot, Alter! Komm, komm, wir machen das einfach alles ohne David! Der Rot-Om! Alter! So, wo ist jetzt dein Boot, wenn... denn jetzt da kein Problem ist extern Nein, es ist das Boot kommt noch hier Alter, was machst du? Alter, wo bleiben sie schon wieder? Oh nein! Puh, so ein Vollidium! Alter, was... Nein! Wehe, Dobi! Wehe, Dobi! Ich treff nicht hoch! Alter! Jetzt, wenn wir jetzt die Bullen noch mal einsam... Da kann man keine Bullen im Hals haben Sicher kann man keine Bullen im Hals haben Da kann man keine Bullen im Hals haben Hey, wer hat da gerade wieder was hochgejagt? Dobi Was glaubst du, was der Dobi hingeschmissen hat? Ich bin sein kleiner Pyromaner Ach so Müsstest du da nicht eher zündeln? Ich tu alles Ha! Nadelöhr! Was für Nadelöhr? Ich hab so Nadelöhr Weil ich da durch die... Oh! Halt! Boah, wo fachst du hin? Wir sind dann zusammen! Ich will die Karin! Kennen wir das bitte alles in einer Folge lassen? David, am Versagen? Ja, echt, man! Das ist die Zusammenfassung von allen! Da ist jetzt das Boot! Das ist sonst...ja, ok Nein, ich war erschreckt! David Teamwork Ey! Aua! Habt das dann Wals? Ja, ja, super! Ich bin tot gleich! Ich hab noch... Jetzt hör doch mal auf! Ich hab noch einen Strichleben, wollte ich nochmal sagen Also, man muss mich nur noch... Man muss mich nur noch anpusten, dann bin ich tot! Pfff! Pfff! Schatz! 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 Hey, Markus! Hey, Markus! Das war nicht gar nicht, oder? Hey, bin ich das? Nee, ich bin das nicht! Auf jetzt, mach doch mal hin! Ja, schick halt, Domi! Hey, Markus! Das... Dass du mich mit Markus vergleichst, ist eine nächste Beleidigung! Ja, ist sicher auch so! Ja, du willst auch nicht mit Markus vergleichen werden, oder? Nein! Das ist ja schon fast, wie wir mit dem TKW verglichen werden! Tadam! Easy, easy, easy! Alles ok! Hey, mach grad was? Ach, freu, das sehe ich, Alter! Was wolltest du überhaupt nicht? Bei der durch eine 20 Meter Lücke! Die schaut cool aus! Ich mag die! Was ist cool aus? Ich find die cool! Das ist ein cooler BMW-Verschnitt! Ist doch BMW, oder? Ja! Das ist kein BMW! Doch! Das ist bei mir! Scheiße, ich bin falsch gefühlt! Das ist eben so ein Skoda oder sowas! Nein, das ist... Ein Skoda! Wieso behindertest du ein Skoda? David, du musst hier hin! Ja, ich fahr doch! Was machst du denn wieder? Ja, ich muss hier durch! Ja, ist ja gut! Ach Gott! Ja, mein... Du findest keine Lücke! Ja, fahren in die Land! Ja, ja! Mein Gamepad schwitzt! Ja, ja! Du hast das Auto, ey! Ich glaub nicht das Gamepad schwitzt, oder? Ich glaub nicht das Gamepad schwitzt, oder? 2.000... Oh, David! Ja, ja! Nein, mein Controller ist ausgegangen! Ich glaub ich fahr jetzt wieder! Nein, das geht schon! Kann sich jeder wieder ein eigenes Auto nehmen? Ne, ne! Nein! Ne, ne! Das Beste wird jetzt sein... Damals wird jetzt sauviel machen, dass wir ein Boot kriegen lassen, dann werden alle einmal sterben! Dann ist es wieder aus und dann machen wir jetzt einfach nochmal! Wahrscheinlich! So wird's abklacken! Der ist jetzt eh kein Boot! Der bleibt mit ihm ja nicht recht gehabt! Na, wenn... Wenn das hinter wenigstens Jetskis! Uh, Jetskis find ich gut! Aber du schnippst zwar leicht auf Jetskis! Ja, auf den Jetskis kannst du auch nicht schießen, oder? Ja, wir müssen ja nur von hinten dran fahren, ihr Bobs! Du musst auf Booten genauso wenig Jetskis schießen, weil die ganzen Autos Schuss machen! Ne, auf Booten kann man nicht Jetskis! 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 Was hörst du dir da schon wieder für ein Mist zusammen? Das do it! Alter! Guten Tag! Boah, wir gucken mal abon heute, ey! Ohne Spaß! Und da ist... Wir müssen entweder zum Wasser, wenn dein Boot an willst! Ey, echt mal! Ach ja, nein, stimmt! Warte einfach am Vaeport hin! Wenn da jetzt keine... Ah, der ist am Boot! Weeeee! Boah! Alter! Wer war das? Wer war das? Loll! Sauber eingeparkt, du! Hallo, Alter! Nein! So, Jetskis oder Boote? Ich bin irgendwie mit Jetskis! Ich bin auch für Jetskis! Also, nehmen wir das Boot! Ich bin für Boot! Also, nehmen wir das Boot! Ich bin für Boot! Was war das denn gerade? Hörni, bist du voll so da hoch geflogen! Nehmen wir jetzt alle Jetskis? Ja! Ja, ich würd schon... Du kannst ja boben es! Nein, das geht nicht! In your face! Stottert! Stottert! What? Der wurde voll überfahren! Wie die schmeiße! Warte mal, wir müssen ganz nach rechts! Ganz nach rechts! Wir müssen mit dem Flughafen herum! Ach so. Vielleicht kann ja einer auf Mils nach hinten springen. Ja, ich will spring dich gerne, Tobi. Boah, aber hören wir halt. Du musst die richtige Welle kommen. Mit Daxchen. Alter. Rein theoretisch könntest du auch hinten drauf, Tobi, bei mir. Oder bei jemand anderem, muss ich damit. Alter, ist ja eine Lärmearschisch, ey. Rein theoretisch, könnte ich auch. Da, wo dieses blaue Koppenzeichen ist. Das hat sich sicher so... Ja, es hat sich so viel ausgezahlt. Ja. Wahrscheinlich schießen wir uns trotzdem mal her. Nein, wir packen das. Wahrscheinlich kommt man von hinten nicht einmal drauf. Doch, kann man. Das hat er schon alles. Nicht angelookt. Man muss mit dem Zeitraumwasser fahren. Jetzt muss man schneller, wo wir spüren können. Ja. Kann man die eigentlich viel schneller fahren. Ja. Oder warte, vielleicht... Wie fährt man mit dem Motorrad zuvor? Die kann man hier irgendwie so auch sich runterlehnen. Ja, aber auch. Mit dem Motorrad... Ja. Vorsichtig. Ich hab zu drängen. Du willst mich abdrängen? Hm. Hau! Ich hab gar nichts gemacht. Hau! Man bleibt doch stehen geblödes Teil. Mein Jetski ist weg. Ja, der will dich nicht. Doch, doch. Ich hab wieder bestiegen. Hau! Sprühstück, nice. Du willst jetzt raufspringen, dabei? Ja, ich will versuchen, ob ich hinten draufkomme. Werden wir langsam, oder ob ich? Was? Du hast es geschafft? Nein. Ich bin... Ich bin gleich tot. Ja. Den Jetski hab ich mitten rum. Nein. Fah! Fah! Nein! Warte! 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 Du hast einen Snack oder so. Ja, stimmt. Du hast einen Snack oder so. Und einen kleinen Hupen. Kann man nicht machen. So, wie man da... So, ein Jetski was essen. Ja. Nee, das ist verboten. Was? Hast du uns das Schild gesehen? Bei Fallein? So. Ich bin wieder voll. Essen und Alkohol verboten. Wegen Grimmel. Jetzt kommt das Grimmelmonster. Aber warte mal, Dobi... Äh, äh, Markus, bevor du ganz hinfährst. Bleib mal mal ne... Schon wieder! Alter! Was ist? Ja, ich will es dich gleich auslösen. Nein. Nicht, dass wieder der Tekka wieder das auslöst. Wie letztes Mal. Ey, was leberst du? Ja. Ja, jetzt sind wir alle da. Ah! Ja, jetzt kommen wir! Ich muss gleich meine Waffe raus, weil ich weiß, dass es gleich... Scheider! Das ist ja fast runtergegangen. Ich saare. Ist denn da uns ein U-Boot? Ja. Das ist meins. Das ist ein... Ja, das... Das wäre voll cool, wenn man hier ein U-Boot hat. Oh, warte mal! Was hat er jetzt wieder auf? Ja, der Helikopter kommt jetzt trotzdem. So, wo soll man denn jetzt hier hochkommen? Ja, hier ist ja eine Leiter! Der Helikopter kommt jetzt trotzdem, also würde ich mich ein bisschen beeilen. Ja, beeil dich doch! Das ist ja ein... Nicht überfahrt, buried! Alles ist ja. Alter, warum treib ich ab? Das trinkt auch schon ab. Komm schon, komm schon! Einfach nur Deckung, einfach nur Deckung, 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 Deckung! Wo wir abgeschossen sind? Ah, von da oben! Deck очень! Den kann ich nicht abschießen. Ich muss springen. Wie kann man hochschwimmen? Oh fuck. Nach oben lenken und dann Space. Ich werde abgeschossen. Ja, ich bin tot. Ich werde abgeschossen. Wo kommt das jetzt hier? David! David, was hast du wieder gemacht? David! Dat ist die Beenz!